Da bin ich der Corona-Zeit sehr dankbar. Viele von euch mit Sicherheit auch, die sich zum ersten Mal die Frage gestellt haben, was bedeutet eigentlich die Freiheit, zu jeder Tages- und Nachtzeit in einen Café gehen zu können, mit dem Abstand, den man selber gerne möchte und dort so lange zu sitzen, wie man möchte und es genießen zu können, dass da Menschen sitzen, die man gar nicht kennt.